Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren coolen Video von eurem Frischi Toastrot. Und zwar könnt ihr hier ja die schönen Nummer 11 große Augenkarten sehen, die ich so gezogen habe in letzter Zeit. Und ja, warum jetzt die wertvollste Karte der Welt? Kann man das eigentlich noch sagen bei dieser Karte? Wir wissen ganz genau, sie war damals sehr sehr viel wert. Ich glaube um die 70 Euro wurde die gehandelt, wenn nicht höher. Und ja, was macht diese Karte so besonders? Man braucht erst mal zwei Monster der Stufe 7, um sie zu beschwören. Und das finde ich jetzt schon richtig kacke.